Willkommen im webin Hallo, herzlich willkommen zu den beiden hacminister, gewinnig. Heute mal ein Vlog. Halle und herzlich willkommen zu den beiden, gewinnig. Frühwinnig. Heute mit der Chrome. Du warst was dépros in tholinda amolinda Version? Hast du Erfahrungen mit wascia? Warum nicht? Nein! Jaja... Ich hab ihn beim freund heran genippt... ...und es war wickelhaft. Aber das riecht wie die Malzsoda damals, die russische. Die geht aber. Es riecht besser, aber genauso pervers. Ja. What the fuck? Wird heftiger. Warte, da fehlt. What the fuck? Hältst du es genauso? Nein, lass. Warte mal, da fehlt doch, guck mal, wie wenig das ist. Scheiß drauf, ich werd das in dich trinken. Also ich werd schon trinken, aber nicht ganz. Es ist genauso dunkel wie das Wetter. Na ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, geht's los in drei. Tja. Warte, erstmal muss ich mir auch sagen, wonach das Zucker riecht. Es riecht einfach nach mega, mega, mega sauren Erdbeeren. Nach Erdbeeren und Malzbier. Ja stimmt, Malzbier ist das. Wie komm ich denn auf saure Erdbeeren? Gut, dann lass uns jetzt anfangen. Joachim? Ja! Tag! Er schmeckt eigentlich geil. Was? Ehrlich gesagt, das schmeckt geil. Mann, warte, warte, warte. Vielleicht ist das ja am Anfang so. Wahrscheinlich ist das nur am Anfang so. Wahrscheinlich schmeckt es anders als danach, weißt du? Es ändert einfach den Geschmack, wenn es weiß, dass du zweimal dran genippt hast. Okay, jetzt wird scheiße. Ja, dann schütt das doch weg. Wir müssen sofort nachspülen. Also, hast du mir das, wo die Nachricht schmeckt? Ähm, nach Erdbeere und nochmal... Oh, scheiße. Ja, auch. Ich bring die gleich schon weg, Alter, Digga. Was ist da los, Digga? Brudi, Alter. So. Also, kaum Empfehlung? Nein. Bewertung bis 10? Eins. Ich auch. Gott, dann tötest du das jetzt bitte live einmal weg. Okay. Oh, wie geht die? Es regnet. Es regnet. Was, als ob es regnet? Es regnet, wie geil. Mann, ich kenne die. Oh, Junge. Gut, dann bis zum nächsten Video, ne? Ja. Tschüss. Er ist übrigens... Grandiose. ... ... Untertitelung. BR 2018